Anja, wie geht's dir? Sehr gut. Mir geht's herrlich. Ja, also ich bin total warm, schwerelos, immer noch. Ja, es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also hätte ich niemals vorher gedacht. Erzähl doch nochmal kurz, was so dein Wunsch war. Du wolltest schmerzenlos werden. Genau. Du hast chronische Schmerzen. Ich bin chronischer Schmerzpatient und mir helfen keine Medikamente, weil es ein nichtentzündliches Rheuma ist. Und lebe seit meinem 21. Lebensjahr damit. Und fühle mich jetzt im Moment richtig, richtig gut. So habe ich mich noch nie gefühlt, seitdem ich diese Schmerzattacken habe. Und das sind ja schon ein paar Jahre, ne? Ja. Ja, ich bin jetzt 46, ne? Kann man sich dann ausrechnen mit 21? Ja. Wie viele Jahre ins Land gegangen sind und nie die Hoffnung verloren habe. Ja. Und es ist einfach, ja, unglaublich. Und jetzt habe ich dich gerade mit deinem puren Sein verbunden. Richtig. Ein schönes Gefühl, wie auf Wolke 7. Ja. Ja. Das warst du, oder das bist du. Wie fühlt sich das an? Herrlich. Herrlich. Ich umarme die Welt. Super. Echt schön. Dankeschön. Ich habe es nicht bereut und würde es jederzeit wieder machen. Ich habe es nicht bereut und würde es jederzeit wieder machen.